Statt wirklich neue, wirksame Medikamente gegen echte Krankheiten zu erfinden, Krankheiten, die die ganze Menschheit treffen können, wie Krebs, Bluthochdruck und so weiter, hat die Pharmaindustrie einen einfacheren Weg gefunden, um ihre Verkaufszahlen zu halten. Sie erfindet Krankheiten, die es gar nicht gibt, und bietet Arzneien an, die nicht helfen. Aber das ist unwichtig, schließlich sind die sogenannten Kranken ja auch nicht krank. Sie sind nicht krank. Um die Menstruation herum leiden Frauen vielleicht unter Gereiztheit, Angstgefühlen. Das war schon immer so. Das war der Grund für ihre Krise. Das war's. 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 Die Patienten können jetzt die PMDD behandeln mit den ersten und einzeln Medikations-Presription. Wenn Sie eine Rache oder Hive haben, nennen Sie den Doktor sofort, denn das kann ein Zeichen für eine Kondition seriöse Medikation. Das renverte das System, das renverte die Pensée. Sie haben ein Portefeuille, wie sie sagen, die sie sind für das oder das, oder die sie haben entwickelt, und die wirklich nicht passen da, weil es nicht interessant ist. Wir können Sie nicht inventen, oder eine Krankheit oder ein Problem haben, oder ein Medikament, dass das Service sein wird? Imaginez, dass Sie ein Fahrzeug oder Fahrzeuger sind. Ihr Ziel wäre nicht zu fabrieren, für den Kuget. Es geht, sie zu fabrieren, die größte Worte der Worte, für Sie, die größte Worte, die größte Worte, die größte Worte. Die Problematik, in der Industrie, die Industrie pharmaceutische in der Regel, ist die gleiche. Die andere, die Worte der Industrie, die nicht die Worte, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die größte Worte, die größte Worte, haben, die我不知道, und immer wieder auf den Markt. Die Menschen, die Menschen, die Arterie, haben immer mehr Interesse, die Menschen, die Arterie, die Arterie. Es ist klar, dass viele Menschen, die Arterie, die Arterie, und einige, die 16 oder 17, wie man sagt, 170 mmHg, und noch weniger, die 18, oder 180, und noch weniger, etc. Selon der Seuil, die man für die Arterie, gibt es mehr oder weniger Patienten, also mehr und weniger Kunden, und mehr oder weniger, und mehr als Unternehmen und Markt. Viele Unternehmen sind interessiert, insofern, dass die Arterie der Arterie der Arterie immer wieder öleren, und insbesondere in der Seuil, in der Arterie der Arterie. Für 1000 Menschen, die Arterie über die Arterie über die Arterie über 160-90 mmHg, durch Normalität, und mehrmals, über die Einung der Arterie über das kompliziert und Mguto. Und wir verstehen, dass wenn wir noch die Haltung des Hypertension reduzieren, wir werden noch mehr Menschen, die noch weniger profitieren. Aber wir werden noch die Menschen, die Menschen zu den Eifens des Medikaments verhindern, und dann auf die Markt zu erhöhen. Ich war aktiv, zu essen. Ich dachte, ich war in großartig. Ich war so surprised, als mein Dr. me sagte, dass ich noch ein High Cholesterol hatte. Das hat mich wirklich gefallen. Das hat mich geflogen. Ich wusste, dass ich mein Cholesterol in Ordnung hatte. Ich dachte, ich war genug zu reduzieren, aber ich brauchte mehr Hilfe. Was machst du mit deinem eigenen? In der extremermste, was sie können, ist zu überzeugen. In der extremermste, die Industrie pharmaceutische hat versucht, dass die 25-Jährigen, die 25-Jährigen, die 20-Jährigen, ist die norme für alle. Aber in diesem Fall, wir sehen, dass die Schleswig-Jährigen, die 95% des Français und des Allemands, zum Beispiel, sind technisch verletzt. Du point de vue de l'industrie, c'est merveilleux. Es ist ein enormes Markt. In der Unternehmen können, dass die enorme Menschen, dass sie ihre Staten-Belkohlen haben, um zu reduzieren, ihre Staten-Belkohlen-Kohlen-Kohlen-Kohlen-Kohlen-Kohlen, und um zu reduzieren, ihre Schleifung aufzunehmen oder eine Schleifung zu schlenieren. Wenn in der actualen Fall, wir wissen, dass, wenn man keine andere Schleifung hat, wenn man nicht mehr Schleifung hat, wenn man nicht mehr schlenieren, wenn man nicht mehr schlenieren kann, Wenn man nicht füren, das wird, wenn man die Schleifte übernommen, die amerikanische Schleifte übernommen sind. In den Schleifte der Schleifte übernommen, die die Schleifte übernommen haben, die die Schleifte finanziert wurden mit der industrie pharmaceutische. Das ist sehr wichtig, denn diese Nouvelle Direktiven haben quasi triplé den Niembros der Amerikaner zu nehmen, die die Staten-Therapie wurde veröffentlicht. Wir sind von 13 Millionen zu 36 Millionen. Und die meisten der 23 Millionen Menschen, die auf den nächsten Malen zu nehmen, haben noch keine Staten-Therapie. Die Staten-Therapie Die Staten-Therapie Die Nation der Korsten-Therapie die diese Kritik appellent die Mafia des Cholestérol, nicht nur auf einfach zu zeigen, dass die Gestion des Cholestérol schluss führt zu einem Progräß in den Tätung des Maladies Cardiaques. Aber sie wollen ein message sehr fort auf die Amerikaner, auf verschiedene Niveau. Der Niveau des Individus Consommateurs, der mehr späzifischen Patienten, der der Prescriptoren, und der Niveau des Individus Consommateurs, und der Niveau des Individus Consommateurs. Die Kompagne Connaissez Votre Taux vise à ce que les Américains s'identifient à leur taux de cholestérol, que chacun en ait conscience. Les médecins vont donc mesurer le taux de cholestérol, ce que les patients demandent. Si le taux est un peu élevé, le médecin va dire « Monsieur ou Madame Jones, vous avez du cholestérol, revenez dans trois mois et pendant cette période, faites de l'exercice, mangez moins gras et on verra si le taux a baissé. » Le plus souvent, le taux ne baisse pas beaucoup avec ces changements de style de vie. Et là, le docteur va dire « Ah, ça n'a pas baissé, je vais vous donner un médicament anti-cholestérol et vous n'aurez plus à vous en soucier. » Mais il rate complètement la cible car en changeant ses habitudes de vie, le patient a fait ce qu'il fallait pour réduire ses risques cardiovasculaires de 60 à 80 %. C'est une intervention thérapeutique extrêmement efficace. Mais quand le médecin dit « On va vous donner un médicament et vous n'aurez plus à vous soucier de ces résolutions si difficiles à tenir, il se trompe d'objet car il ne réalise pas que le patient a fait ce qu'il fallait. » L'exercice et la diététique ne font peut-être pas baisser le cholestérol, mais ils font baisser les risques cardiovasculaires. « C'est quelque chose qui est partagé par des nombreux Américains, ceux qui risquent leurs vies, ceux qui battent des maladies séries. » Bob Dole a perdu l'élection présidentielle américaine contre Clinton. Clinton non seulement était président, mais il n'avait sans doute pas besoin du médicament. Dole, lui, avait besoin d'argent pour rembourser sa campagne. Il est devenu le porte-parole de cette campagne d'information sur la maladie, puis le porte-parole du Viagra. « C'était très important à cause de la stigmatisation. Il fallait vraiment quelqu'un de très respecté, de très conservateur. Vous ne pouvez pas choisir un hippie ou une vieille star du rock pour parler de la dysfonction érectile. Si vous voulez pénétrer le marché de l'Amérique moyenne, il faut un conservateur, car ils sont plus nombreux que les hippies. C'était la personne idéale. Sénateur, venant du Sud, ancien combattant, très respecté, parfait pour parler de la dysfonction érectile. Ça a vraiment convaincu beaucoup de gens, qui se sont dit, si Bob Dole a le courage d'en parler, moi aussi je peux. Avec un médicament comme le Viagra, l'industrie a réussi à nous convaincre que la moindre variation de rigidité de la verge, si elle n'est pas de 100% en toutes circonstances, constitue une dysfonction, une maladie qui requiert un traitement. Avant, il y avait un certain nombre d'hommes âgés qui avaient d'autres pathologies, avec pour conséquence d'être impuissants. Mais cela représentait un marché bien trop étroit pour un médicament comme le Viagra. Aujourd'hui, on pousse les adolescents à croire que si les choses ne sont pas parfaites à chaque fois, c'est qu'ils sont malades et que le médicament est la réponse à leurs problèmes. Peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que j'ai trop mangé. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir ? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitées, vous aussi. En ouvrant le journal à la page des sports la semaine dernière, j'ai vu une pleine page de pub pour Cialis, un médicament contre la dysfonction érectile comme le Viagra. Une autre manière d'élargir le marché, c'est de prendre un médicament dont l'usage est occasionnel ou même régulier comme un médicament contre la dysfonction érectile. Quand un homme souhaite avoir un rapport sexuel, il pense à prendre son Viagra ou son Cialis. On peut le comprendre. Mais dans cette pub, deux choses ont attiré mon attention. D'abord, il y avait un coupon qui disait « Découpez cette pub et apportez-la à votre médecin pour un essai gratuit. » Je me suis dit « Voilà du bon marketing. impliquez le patient dans la gestion de ses troubles. » Mais surtout, la pub disait « Prenez Cialis tous les jours pour être prêt. » Jouant sur ce stéréotype très masculin, « Il faut toujours être prêt, on ne sait jamais, vous ferez mieux alors d'avoir pris votre Cialis. » « C'est devenu un médicament de chaque jour. » On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras un faible quelqu'un qui manque d'ambition un irresponsable un perdant ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Un bon exemple de marketing d'une maladie c'est celui de la dépression. Dans les années 60-70, l'anxiété était un diagnostic très répandu. La famille de médicaments pour traiter ces troubles étaient les benzodiazépines comme le librium et le valium et tous ces médicaments qu'on appelle les anxiolytiques. Le marketing des benzodiazépines allait de pair avec le marketing de l'anxiété. Les généralistes étaient encouragés à diagnostiquer des troubles de l'anxiété quand ils voyaient des patients au bord des larmes fatigués mais aussi nerveux et anxieux. On leur disait vous avez un trouble de l'anxiété on va vous prescrire du valium. Mais dans les années 80 on a réalisé que cette classe de médicaments rendait les patients accros. Médecins et malades sont partis en courant. Oh mon Dieu on ne va pas donner des médicaments qui rendent les gens indépendants et la voie était alors libre pour que la dépression entre en piste. ça a permis à l'industrie pharmaceutique de convaincre les patients qu'en fait ils n'étaient pas anxieux que derrière ce qu'ils pensaient être leur anxiété il y avait une maladie ils étaient déprimés et d'expliquer que cette maladie était causée par un déséquilibre de la sérotonine mais que les médicaments étaient comme des vitamines et qu'ils allaient remonter le niveau de sérotonine. Tout le monde peut en reconnaître les symptômes la dépression est diagnostiquée quand on a au moins cinq symptômes sur une liste de neuf pendant une période d'au moins deux semaines Ces symptômes sont par exemple la tristesse la perte de plaisir la perte d'appétit de concentration dans les tâches habituelles et bien sûr des pensées morbides des ralentissements des mouvements et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater bien des gens peuvent avoir ces symptômes de tristesse de perte d'appétit de fatigue etc. pendant plus de deux semaines après toutes sortes de stress. Le problème c'est que ces critères ne sont pas uniquement utilisés par des spécialistes qui sauraient faire la différence entre une réaction normale à une perte perte d'emploi de proches une trahison etc. et une véritable maladie mentale en tout cas certains sauraient mais le problème c'est que ces critères sont devenus tellement déifiés dans la culture médicale qu'ils sont devenus la définition même d'un désordre mental 5 symptômes sur 9 c'est assez arbitraire peut-être que des gens qui ont moins de 5 symptômes peuvent avoir tout de même une dépression dans les questionnaires chez les médecins il est d'ailleurs dit que si vous avez moins de 5 symptômes vous pouvez tout de même être considéré comme ayant une dépression mineure vous voyez comment à partir de cette liste de symptômes on vous embarque dans une direction où pratiquement tout épisode de tristesse dû à un événement difficile devient une maladie traitée quasiment automatiquement avec un médicament il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France une maladie qui peut vous empêcher de parler de rire de manger de travailler de dormir ou de vous lever le matin à la fin des années 90 la famille d'antidépresseurs appelée inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonie est arrivée en bout de brevet l'industrie pharmaceutique avait donc un problème elle aurait pu inventer une nouvelle classe de médicaments plus efficace et dire aux médecins les patients que vous traitez pour dépression sont bien déprimés mais nous avons maintenant un nouveau médicament plus efficace le problème c'est que l'industrie pharmaceutique n'avait pas de médicaments plus efficaces la stratégie a donc été de reproduire ce qu'elle avait fait 20 ans auparavant quand elle avait transformé les patients anxieux en patients déprimés cette fois elle a convaincu les patients déprimés qu'ils étaient en fait bipolaires quand un patient maniaco-dépressif est en phase maniaque cela signifie qu'il reste des mois à l'hôpital de même quand il est en phase dépressive c'est un trouble très sévère qui peut conduire au suicide et les gens sont hospitalisés pendant des mois du point de vue de l'industrie pharmaceutique changer l'appellation maniaco-dépression en trouble bipolaire signifie qu'elle peut cibler les variations d'humeur normale que nous avons tous le trouble bipolaire 1 comme on l'appelle maintenant correspond à la maniaco-dépression classique mais l'industrie a réussi à mettre en avant des recherches qui suggèrent qu'il existe aussi un trouble bipolaire 2 bipolaire 3 bipolaire 4 et un spectre bipolaire ces différents termes recouvrent une définition de plus en plus allégée de la maladie au point d'inclure les variations d'humeur que l'on peut avoir au cours d'une journée il peut arriver que le lundi matin comme beaucoup d'entre nous vous vous sentiez d'humeur maussade cela va s'arranger au fil de la journée mais si vous tenez un carnet d'humeur comme l'industrie recommande de le faire vous allez dessiner une courbe dans votre carnet et vous êtes conduit à penser tout comme votre docteur qu'une courbe comme cela même au cours d'une même journée est la première indication d'un trouble bipolaire et bien sûr docteur il faut traiter au plus tôt la maladie avant qu'elle ne devienne plus sévère et presque impossible à guérir il y a une énorme pression aujourd'hui compte tenu de la définition de ces maladies et de la facilité à distribuer des médicaments pour les traiter une pression pour que les gens fonctionnent socialement à tout moment au maximum de leurs possibilités et si ce n'est pas le cas s'ils sont entravés dans leur rôle comme disent les psychiatres alors c'est qu'il y a un problème et qu'il faut tout de suite le traiter avec un médicament cela peut se discuter mais il me semble que dans le monde que nous construisons pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants il n'y aura plus la possibilité d'exprimer toutes les émotions les émotions les émotions il n'y a plus Uts病というのは心の風と言われてきました 誰もがかかる可能性があるけれども 治る病気であるという意味です その背景には優れた薬、抗鬱薬の開発があります うつ病になったらまず抗鬱薬を処方する 実際に最新のアメリカの研究でも 65%の人にこの抗鬱薬は効果があるということが実証されています 日本は一 ל King 4 Praise 私たちはが問題としています これも毎年誰に参加儀式には その喜びの信じている人参加します 毎駆の費用だけに値切っきと意見 される各社群を改善しています そしてそれから作体的投入 Dios いつからですか? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Psychiater in Japan meinten, dass Depression in ihrem Land nur selten vorkomme. Sie stellten diese Diagnose nicht häufig. Die Pharmaunternehmen gingen dort folgendermaßen vor. Sie betrieben in hochmoralischem Ton Lobbyarbeit bei der japanischen Regierung und behaupteten, die japanischen Patienten würden falsch behandelt. Dann finanzierten sie Antistigmatisierungskampagnen. Die Japaner sollten sich nicht schämen, wenn sie traurig oder depressiv waren oder wenn ihnen schien, dass etwas nicht stimmte. Sie sollten damit nicht einfach zu Hause bleiben, sondern zum Arzt gehen. Die Kampagne sollte also dazu beitragen, dass seelische Erkrankungen als etwas Normales wahrgenommen werden. Interviews mit Prominenten und TV-Berühmtheiten wurden veröffentlicht, Artikel gesponsert und in Zeitungen platziert, um den Menschen den Begriff der Depression näher zu bringen. Das japanische Wort für Depression, Utsubio, bezeichnet die typische Depression. Daher lancierten sie auch eine Anzeigenkampagne mit einem Slogan, der die Sache angenehmer klingen lassen sollte. Denn wenn die Leute den Begriff Utsubio hörten, dachten sie gleich an Krankenhaus und schwerkranke Menschen. Also wurde der Begriff Kokoro no Kase erfunden. Kokoro no Kase. Schnupfen des Herzens oder Schnupfen der Seele. Bei diesem Begriff schwingen mehrere Bedeutungen mit. Zunächst einmal sind Erkältungen ziemlich alltäglich. Wer das hat, gehört nicht zu diesen Irren, die man einsperren muss. Nur ein Schnupfen, das haben viele. Und dann kann es eigentlich nicht so wild sein. Zweitens, Japaner nehmen sehr viele Antibiotika. Deshalb bedeutet es für sie auch eine Erkältung, die kann man behandeln, dagegen gibt es doch etwas. Schließlich ist die Seele etwas Poetisches. Und das kam bei den Japanern sehr gut an. Es berührte sie emotional. Die Wahrnehmung wandelte sich danach tatsächlich stark. Die Menschen gewöhnten sich an die Vorstellung von einer leichten Depression, die nunmehr von Ärzten behandelt und von der Regierung als Tatsache anerkannt wurde. Die hatte nämlich zuvor nicht wahrhaben wollen, dass auch in Japan Menschen unter Depressionen litten. Oder höchstens ein paar wenige. Aber auch die Regierung hat bemerkt, dass irgendwas die Produktivität der japanischen Arbeiter ausbremste. Deshalb schien es plötzlich sinnvoll, Depressionen zu behandeln. Eine wichtige Rolle spielte das Antibiotika. Das Antibiotika. Das Antibiotika. Das Antibiotika. Das Antibiotika. Eine wichtige Rolle spielte das Eingeständnis des Kaiserhauses, dass die Kronprinzessin an einer Depression leide und deswegen behandelt werde. Wer hätte einen noch prominenteren Fall liefern können? Höchstens noch der Kaiser selbst. Es war einfach ideal. Es fängt damit an, dass die Pharmaindustrie sagt, lassen Sie uns das übernehmen. Wir lancieren einen Werbefeldzug gegen Stigmatisierung, machen für sie die Lobbyarbeit bei der japanischen Regierung, führen für sie klinische Untersuchungen durch. Wir verbreiten die Botschaft. Und die japanischen Psychiater glauben, das Richtige zu tun, besonders die, die für die Pharmaindustrie arbeiten. Aber ab einem bestimmten Punkt gehen die Interessen auseinander. Denn die, die kommerzielle Interessen verfolgen, wollen nicht aufhören, bis wirklich jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, ihr Mittel einnimmt, ihr Produkt verwendet. Das gilt natürlich in allen Branchen. Die Psychiater dagegen wollen vorher vom Zug abspringen. Wenn die Maschinerie aber erstmal angelaufen ist, gibt es praktisch kein Halten mehr. Vergessen Sie nie, was Marketing für Ärzte bedeutet. Zehn Besuche von Pharma-Referenten in der Woche, die immer wieder dasselbe vorkauen. Eine, manchmal zwei Stunden. Es bedeutet, die sogenannten medizinischen Zeitschriften, die der Pharmaindustrie gehören, wiederholen ständig dasselbe. Die Meinungsführer, die großen Medizinprofessoren, machen sich zum Sprachrohr, reisen von Hörsaal zu Hörsaal und preisen die spektakulären, eindrucksvollen Erfolge dieses oder jenes Medikaments. Natürlich gegen ein gewisses Entgelt. Da fällt es schwer zu widerstehen. Dieses Dokument macht deutlich, wer alles auf dem US-Markt für Psychopharmaka eine Schlüsselrolle spielt. Regulierende Instanzen, die Kostenträger, die Lieferanten und Verteiler im Sozial- und Gesundheitssektor, die Hersteller. Und alle haben ein Umfeld. Patienten haben Freunde, Kollegen, gehören religiösen Gemeinden oder Lobbygruppen an. Hinter den regulierenden Instanzen stehen die Gesetzgeber, die Medien. Jeder Akteur in diesem System muss analysiert werden. Wer kann den Erfolg eines Mittels wie beeinflussen? Und die wichtigste Rolle spielt die Wissenschaft. Es geht darum, wie die Wissenschaft Ergebnisse produzieren kann, die alle Beteiligten davon überzeugt, dass eine bestimmte Behandlung die beste oder besser noch die einzig mögliche ist. 85% aller klinischen Studien und 97% der einflussreichsten werden bei uns von Unternehmen finanziert. Dass sich das Präparat eines Sponsors als das Mittel der Wahl erweist, ist bei kommerziell finanzierten Studien fünfmal wahrscheinlicher als bei nicht kommerziell finanzierten Studien zu genau denselben Mitteln. Kein schlechter Schnitt. Wir meinen immer, wissenschaftliche Studien seien objektiv und unvoreingenommen. Aber wenn wir uns genau ansehen, wie es läuft, dann finanzieren in Wirklichkeit die Unternehmen die Studien, um ihre Mittel besser verkaufen zu können. Die Firmen haben die Rechte an diesen Daten, so wie Coca-Cola das Recht am Coke-Rezept besitzt. Ein besonderer Erfolg der Pharmaunternehmen besteht darin, dass sie es geschafft haben, Ärzte mit ins Boot zu holen, die gar keine Verbindungen zu ihnen hatten, die nie einen Cent von ihnen bekommen hatten oder ihnen gegenüber sogar eher feindselig eingestellt waren. Ärzte, die sagen, wir halten uns an die Fakten, wir wollen Nachweise sehen und werden uns eine eigene Meinung bilden. Nicht, weil die Industrie uns bezahlt hat, nicht, weil man uns zu Konferenzen gekarrt hat. Wir entscheiden selbst, je nach Beweislage. Das Kernproblem ist aber, dass die Pharmaindustrie die Nachweisführung immer mehr in der Hand hat, anders als noch in den 60er Jahren. Sie kontrolliert restlos alle klinischen Studien. In den Jahren 1980 bis 1982 haben wir als Studenten stundenlang klinische Studien auseinandergenommen. Wir durchforsteten sie nach statistischen Fehlern und Messergebnissen, die nicht zur Erklärung der Fragen beitrugen, um die es eigentlich ging. Damals stießen wir auf viele problematische Details. Aber ich kann mich an keinen einzigen Fehler erinnern, von dem wir annahmen, dass sie auf einer finanziell bedingten Voreingenommenheit beruhte. Natürlich ist die Wissenschaft nicht perfekt. Aber sowas haben wir damals nicht entdeckt. Unsere Professoren hatten auch keine Verbindungen zu Pharmaunternehmen. Das wäre für einen Professor undenkbar gewesen. Der Gedanke war schlicht absurd. Heute stößt man unentwegt auf Bedenkliches. Hätte man eine Zauberbrille und wurde man die renommierten Professoren in ihren weißen Kitteln und die Klinikgänge runterkommen sehen, würden sie wirken wie Formel-1-Fahrer. Nur dass sie nicht Pensoil und Mobilbenzin sagen, sondern Merck und Pfizer und Ingen Pharma und Genzyme, weil sie von denen gesponsert werden. Alle Professoren haben solche finanziellen Verbindungen. Ihr seid jung und ihr seht ein Persistent-Mal-de-Doh-Persistent. Ein vrai Kaushmark quotidien. Même Europol, die Däume vous enflamme. Dieser Mal-de-Doh kann eine Spondylarthrite ankylosante eine Krankheit und handikappante, die sich gut anzunehmen, wenn man sie anzunehmen kann. Die Spondylarthrite ankylosante? Parlez-en, votre médecin. Informez-vous sur dowmure.com, une initiative de la Société Française de Rheumatologie en partenariat avec Pfizer. Heute können sich die Patienten im Internet das Gefühl verschaffen, die Dinge selbst in der Hand zu haben, weil sie dort jede Menge medizinischer Informationen finden. Sie können auf medizinische Zeitschriften zugreifen, sich Websites zu bestimmten Krankheiten ansehen. Sie können mit ihren Freunden beratschlagen, können in Online-Foren Rat einholen, endlos viele Informationen sammeln. Manche meinen sogar, das sei geradezu unabdingbar, wenn man ein guter Patient sein will. Man muss bereits gründlich informiert sein, bevor man zum Arzt geht, muss selbst recherchiert haben. Man geht nicht einfach zum Arzt, seine Fachmeinung zu hören, sondern um mit ihm zu verhandeln und einen eigenen Behandlungsplan aufzustellen. Die Sache hat aber einen Pferdefuß, denn im Internet lässt sich besonders gut verheimlichen, woher die Informationen stammen. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Gerade war ich bei meinem Dock. Seit Jahren schleppe ich mich mit Rückenschmerzen herum. Morgens komme ich kaum hoch, habe das Gefühl, ich bin total eingerostet, brauche eine Stunde, bis ich mich wieder frei bewegen kann. Die heiße Dusche hilft da nicht viel. Und während der Fussball-WM sehe ich dann im Fernsehen diesen Spot mit Franck Leboeuf und erfahre diese Rückenschmerzen. Das ist eine Spondylitis an Kylosans. Und dagegen gibt es ein Medikament. Was tue ich also? Ich schaue in meinem geliebten Internet nach. Ich tippe den Namen dieser Kampagne ein. Den kann man sich ja leicht merken. Das ist ein Dau am Mür, mit dem Rücken zur Wand. Das ist ein Dau am Mür. Das ist ein Dau am Mür. Wenn ich da weiter zuhöre, erzählt er mir von seinen Rückenschmerzen und beschreibt genau seine Symptome. Abends ist er müde. Ja, bin ich auch. Morgens kann er sich kaum frei bewegen. Ja, kann ich auch nicht. Kurz, ich erkenne mich in seinem Bericht gut wieder. Also will ich mehr wissen. Ich habe gesehen, da gibt es einen Arzt. Die Societe Savante, wie die Societe Française de Rheumatologie, haben nicht für den Objektiv unikt, dass die Wissenschaftler in den Laboratoren, die wir von den Fondamenten nennenennen. Die Societe Savante haben auch für die Mission, dass alle Aktionen, die besser die Rheumatischen Rheumatischen vermitteln, die besser die Rheumatischen Rheumatischen vermitteln. Wissenschaftliche Gesellschaft, das klingt seriös. Aber ich sehe da was und staune. Hinter diesem Herrn, der Professor an einer öffentlichen Klinik ist, steht auf einer Wand Pfizer, und zwar oben links und unten rechts. Das ist lustig. Ein befreundeter Marketingfachmann hat mir nämlich erklärt, dies sind die beiden wichtigsten Punkte in einem Bild, wenn in der Mitte eine Person steht. Dann ist dieser Bildausschnitt vielleicht kein Zufall. Aber was erzählt mir dieser Doktor da eigentlich? Ich fasse zusammen. 150.000 Menschen sind jährlich davon betroffen. Es sind junge Menschen. Und die Anzeichen sind letztlich ziemlich banal. So banal übrigens, dass dieser Professor selbst das Ganze als Rückenschmerzen der Jungen bezeichnet. Aber der macht mir ja richtig Angst, denn er sagt, meine Geschichte kann zu schwerwiegender Invalidität führen. Er jagt mir richtig Angst ein, sagt aber auch, es betrifft nur wenige, kann sehr wehtun, zu schwerwiegenden Behinderungen führen. Aber es gibt ein Mittel dagegen, und das wird komplett von der Kasse übernommen. Das Problem ist, das Medikament hat erhebliche Nebenwirkungen, die man noch nicht gut analysieren kann, weil es noch nicht lange genug eingesetzt wird. Allerdings wird vermutet, dass dieses Medikament das Herz-Kreislauf-System belastet und dass es zu Krebs führen kann. Was ich nicht sage, ist, pro Behandlung kostet es knapp 2000 Euro. Euro per Traitement. Guten Abend. Willkommen bei Radar. Unsere Initiative Gesunde Skepsis beobachtet, wie die Pharmaunternehmen Lobbyarbeit betreiben, wie sie Präparate vermarkten und versuchen, die Öffentlichkeit, die Ärzte, die Regierung und die Medien zu beeinflussen. Wir wollen den Einfluss der Branche mindern, damit die Menschen vernünftiger mit Medikamenten umgehen. Zusammen mit der Verbrauchersendung Tros Radar erdachten wir eine Pseudokrankheit. Wir wollten zeigen, wie Pharmaunternehmen Kampagnen lancieren, um bestimmte Krankheiten ins Bewusstsein zu bringen und entsprechende Produkte zu vermarkten. Dafür beauftragten wir eine Agentur für Marktforschung. Wir arbeiten für ein großes Pharmaunternehmen, das ein neues Mittel gegen Blähungen auf den Markt bringen wird. Wir brauchen eine Marktanalyse, um herauszufinden, wie verbreitet das Problem ist. Eén op de vier Nederlanders heeft last van winderigheid. Van deze mensen heeft 86% lichamelijke klachten als ein opgeblazen Gevoel, Buikkrampen of Misselijkheit. 75% heeft geestelijke klachten als schaamte, Ongemakkelijkheid of Onzekerheit. 76% ist noch nooit bei der Hausarzt geweest für sein winderigheidsproblem. En ruim de helft will wel ein Medizin gebruiken, um winderigheid tegen te gaan. Wir entwarfen ein Prospekt, auf dem eine sympathische Dame mit Luftballons zu sehen war. Das schien uns gut zu passen, weil Blähungen ja mit Luft zu tun haben und weil es nett aussieht. Genauso machen es die Pharmaunternehmen. Sie zeigen Patienten, die glücklich wirken, weil ihr Problem gelöst ist. Bei Ärzten fragten wir an, ob wir unseren Prospekt ins Wartezimmer legen dürften. Damit waren sie einverstanden. Sie fanden die Kampagne toll und fragten gar nicht, wer denn dahinter stehe, ob das von einem Pharmaunternehmen ausgehe oder von einer Patienteninitiative. Das war ihnen egal. Das Faltblatt gefiel ihnen. Wir konnten es mitsamt unseren Plakaten einfach so in den Wartezimmern verteilen. Wir drehten auch Videos über Menschen, die unter Blähungen litten. In einem davon sieht man zum Beispiel meine Tochter als angebliche Patientin. Sie wird von ihren Klassenkameraden gehänselt und der Lehrer sagt ihr, dass es sich nicht gehöre, im Klassenzimmer einen fahren zu lassen. Dann heißt es weiter, der Arzt habe ihr einfach eine Pille gegeben und die Sache war ausgestanden. Wir wandten uns außerdem an verschiedene Fernsehprogramme, an Seifen, Opern, aber auch an Informationssendungen und fragten an, ob es möglich sei, dem Thema Blähungen etwas Aufmerksamkeit zu widmen. Sie sagten zu. Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, das in den Niederlanden sehr populär ist, mussten wir 50.000 Euro bezahlen. Eine der Hauptfiguren in der Soap, ein Mann sprach, sprach dann mit der Ehefrau über seine Blähungen. Sie riet ihm zum Arzt zu gehen. Dann wurde er im Wartezimmer beim Arzt gezeigt und dort hingen die Plakate unserer Kampagne. 2003 wurde in einer Sonderausgabe des British Medical Journal die Polypille angekündigt. Ein Vorwort des Herausgebers deutete an, dies sei der wichtigste Artikel, den die Zeitschrift je veröffentlicht habe und vielleicht je veröffentlichen werde. Große Worte, wenn man bedenkt, dass die Polypille damals eine rein theoretische Angelegenheit war. Die Autoren des Artikels schlugen vor, künftig nicht mehr systematisch, Blutdruck, Cholesterinspiegel, Diabetesrisiko und sonstige Werte vorsorglich zu prüfen und daraus abzuleiten, ob etwas verschrieben werden sollte. Stattdessen sollte einfach der gesamten Bevölkerung ab einem bestimmten Alter eine Pille gegeben werden, die aus Wirkstoffen gegen all diese Krankheiten gleichzeitig bestünde. Die Polypille, lediglich ein theoretisches Konzept, sollte daher ein Diuretikum, ein Beta-Blocker, ein ACE-Hemmer, Folsäure und Aspirin enthalten. Dahinter steckte die Idee, die Einnahme jeder dieser Wirkstoffe geht mit möglichen Nebenwirkungen einher. Gleichzeitig kann jeder prophylaktisch von Nutzen sein. Durch ein Ausbalancieren der Risiken wäre es dem damaligen Artikel zufolge möglich, die Zahl der durch Herz- und Gefäßkrankheiten ausgelösten Todesfälle um rund 88% zu senken. Man müsse einfach nur der gesamten Bevölkerung über, ich glaube, 50 diese Pille verabreichen. Die Polypille klang wie von Orwell persönlich erfunden und rief sofortige Begeisterung hervor. Hunderte Menschen schrieben Mails an die Fachzeitschrift und erklärten, wenn es so eine Pille gäbe, würden sie sie sofort nehmen. Andere sagten, warum nur eine einzige Polypille? Denkbar wäre doch auch eine speziell für Männer mit einem Mittel gegen Prostata-Erkrankungen und eine für Frauen mit Tamoxifen, um das Brustkrebsrisiko zu senken. Und dann nehmen sie den Rest ihres Lebens, rund 30 Jahre, eine Tablette am Tag, um Krankheiten vorzubeugen, bei denen die Chancen teilweise 1 zu 100 stehen, dass sie sie überhaupt bekommen. Was ist hier eigentlich los? Wie verrückt ist die Medizin geworden? Es ist jedes Gefühl dafür verloren gegangen, was man vernünftigerweise riskieren kann und was nicht. Wenn man etwas Französisches einfließen lassen wollte, könnte man an ein berühmtes Zitat von Pinel über die Heilkunst erinnern. Es sei eine große Kunst, ein Mittel zu verabreichen, um eine Krankheit zu behandeln, aber die größere Kunst sei zu wissen, wann man auf eine Behandlung verzichtet. Diese Kunst ist uns verloren gegangen, und zwar weil das Wort Nein für den Markt ein Fremdwort ist. Gehen auch sie bei Erektionsstörungen zum Arzt? Die Depression ist eine Krankheit. Und ihr Kolostarinspiegel kann 24 Stunden bei Erektionsstörungen zum Arzt? Das ist wichtig. Die Feel-Better-Solution. Iren Frachon, ein Wort noch zu diesem Film. Krankheiten werden erfunden, um Medikamente weiter zu verwerten, Grenzwerte, die gesenkt werden, um den Absatz wieder anzukurbeln, um noch mehr Gewinne zu machen. Das ist wahrscheinlich weit weg von dem, was Sie sich unter Medizin vorstellten, als Sie Ärztin wurden. Ja, ich denke mal, dass ich da nicht alleine bin. Ich hoffe es zumindest, dass alle Ärzte und auch alle zukünftigen Ärzte, alle Medizinstudenten diesen Beruf wählen, weil sie helfen wollen, weil sie Kranken helfen wollen, weil sie Menschen helfen wollen, die das brauchen. Und ich denke, der Ei des Hippokrates sieht ja zuallererst vor, man darf nicht schaden. Ja, an erster Stelle nicht schaden. Und es ist wirklich schrecklich, dass sich das jetzt so umgekehrt hat. Es geht aber auch darum, zu pflegen und zu begleiten. Frau Frachon, herzlichen Dank Ihnen, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ihnen, liebe Zuschauer ebenfalls, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.